BR 2019 Ja, Chef, was gibt's? Mein Name ist Heiko Schotte, und ich hab kein Abitur! So stolz wär ich da mal nicht drauf. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere vor Entsetzen übergeben. Ja, ich hab schon immer gern mit Blut und Tod zu tun gehabt, und dann hab ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Was machen Sie beruflich? Ich bin Tatortreiniger. Was macht eigentlich so ein Tatort, Rainer? So gar nicht witzelt. Das wäre der absolute Worst Case. Das, das ist der absolute Worst Case.